hallo und herzlich willkommen hier ist der bingwanta ich begrüße euch recht herzlich in fortnite wir spielen eine runde suchen und verstecken in lazy links meine lieben freunde ich werde erstmal tomato temple absplingeln so und mit am start ist der monte der pain der reparts und der stil findet ihr in der videoschreibung da muss die sohn mitspielen bei lisi misi ja aber ich habe gedacht weil der bus da so schön drüber geballert ist hätte ich vielleicht eine gute chance aber wir werden sehen zählt hinten der große parkplatz da auch noch zu oder eigentlich auch noch eigentlich schon ja ich weiß ist eigentlich aber zählt nicht dazu ich will zumindest ansatzweise die chance haben alle zu finden aber warum bringen den besten skin mir ausgesucht zum verstecken hast du gesagt du gönnst dir mal so richtig den leuchten so ich würde sagen in 22 sekunden ist denn auch feierabend mit verstecken und ich kann mir auch schon vorstellen wo die ersten sein werden ich denke mal die werden ein bad nehmen aber bis jetzt sehe ich noch keinen warte mal da ist glaube ich was gebaut ich bin mir nicht sicher doch da habe ich doch gesagt dass da mindestens einer dracht der franz ja moin und davon haben wir noch einen guten tag so ganz elendig mit der pistole erschießen ach guck mal wen haben wir denn da ja was denn ich weiß schon wer das ist ich gebe euch brief und siegel ich habe das spiel so leise ich hätte ich wäre bei einer weggegangen ohne witz okay da packt gerade noch irgendwas rum oder so nein wieviel leute sind da bitte noch drinnen guten tag auch jetzt macht doch nicht auf den hier okay das müsste jetzt gewesen wie viele leute waren das jetzt bitte gut dann parkplatz haben wir ja gesagt gilt nicht da habe ich letztes mal ein übersehen deswegen läuft so es sieht nicht allzu schlecht aus würde ich sagen das heißt gut zehn leute noch so ich muss auf jeden fall in die richtung hier alles schon mal abgrasen dass die nächste zone da habe ich ja noch mal glück gehabt dass die guten tag was soll ich sagen das war es ja so dann werden uns jetzt noch mal schön nach oben bauen hier damit wir gucken können ob hier einer auf dem dach ist aber hier sieht es erstmal gut aus vielleicht wenn das ein bisschen hektisch ist aber ich muss mich echt übelst beeilen hier damit das auch klar geht hier oben noch und dann würde ich sagen haben wir theoretisch diese ecke abgegrast bauen wir uns jetzt mal ganz elegant nach unten hier ja schön gedacht aber da fehlen leider so ein bisschen die blümchen dann geht es jetzt nur noch abwärts ansonsten haben wir hier doch eigentlich alles oder ja da ist keine decke mehr warte mal ich will lieber mal gucken ich habe ein bisschen schiss dass da irgendwie das dann doch irgendjemand geschafft hat irgendwie da oben rein zu kommen aber ne das ist safe hier also hier ist nichts mehr das Haus sollte sich außer Keller jetzt soweit erledigt haben so dann haben wir das eigentlich hier soweit geschafft so jetzt habe ich noch mal die Zeit denn den Rest klar zu machen ich bin mal gespannt ob ich das jetzt in den zwei Minuten schaffe hier die restlichen zu finden äh schön gedacht aber äh hab dich dann doch gesehen hier brauche ich eigentlich nicht reingehen da hat sich nichts verändert da oben da könnte einer drinnen sein äh was heißt drinnen ja da ist auch einer ja dann sind es noch tatsächlich fünf beziehungsweise vier das sah auch nicht schlecht aus ey ich liege gut in der Zeit es könnte eventuell gut gehen wenn ich Glück habe äh wir haben noch ich gehe jetzt erstmal hier drüben hin damit die Zone mir keinen Strich durch die Rechnung macht perfekt so hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo einer oder ne drei Leute Freunde schaffe ich es schaffe ich es nicht äh warte mal ja guten Tag so das sieht soweit nicht schlecht aus aber sehr genial sehr genial sehr genial sehr genial das heißt nur noch eine einzige Maus die muss ich jetzt noch finden da ist er nicht so schnell hier zwischen die Büsche gucken die muss ich noch finden die muss ich noch finden das kann nicht sein sonst das wäre kacke das ist ja so übelst kacke lass ich den einen noch schnell finden bevor er verreckt der kann ja eigentlich nur noch da drinnen sein irgendwo hier nein nein was nein 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 mach keinen Scheiß was nein einfach nur einen Plastiksack ach ich übersehe doch wieder was ich fuck alter wo ist der hab ich hier die Büsche eigentlich geguckt ne ne komm mach keinen Scheiß mach keinen Scheiß sitz hier irgendwo sitz hier bitte 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 sitz hier einfach irgendwo komm jetzt mach dich sein mach dich so blöd fuck wo könnte der jetzt noch sein da hab ich geguckt da hab ich geguckt ne machiner wir tun ja das ist ja das ist ja doof. Wo ist der? Hä? Ist der in irgendeinem Busch oder sowas? Nein, 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 nein. Ich find den nicht, ich find den nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Hockt euch jetzt da nicht irgendwo drin. Scheiße! Mann! Das ist das erste Mal, wo ich's alle gefunden hätte. Nein! Im Pool. Unter der Sprungplatte. Ich glaub es nicht. Wie schief. Als ob, Freunde. Habt ihr den gesehen? Ne. Ja. Einmal. Hammer, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr nicht abonniert habt. Ihr wisst's. Und Glöckchen. Dann macht's auch richtig Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier noch ein paar Videos. Tschö! Ruders 나�